Wie schnell Tage vergehen, Originalvideo in der Beschreibung verlinkt. Das hier ist einfach mal die Zeit in der Schule. Ah, die Schulzeit geht nicht vorbei, tut die ganze Zeit weh. Man will einfach nur nach Hause. Und dann ist man endlich zu Hause angekommen. Und es zieht sich trotzdem noch. Es zieht sich einfach, bis man zu Hause ankommt. Hausaufgaben machen, sehen wir, es tut einfach nur weh. Man will einfach nur fertig sein. Dann beim Schlafen, joa, es geht relativ schnell vorbei. Und schon ist der nächste Tag. Wochenende, ja, Wochenende. Immer richtig schnell Ende. Und Zocken, oh mein Gott, Zocken. Einfach, BAM, Speed 5000. Lasst mal ein Like da, wenn ihr das auch kennt.